Ich glaube, egal wer welche Fassung hat, welche Form, Not-Leurbo, das ist echt. Jeder weiß, wo es lang geht, jeder weiß, wer kommt zu uns. Jeder weiß, jeder weiß, jeder weiß. Also zu Hause spielst du breite, breite, breite Brust. Die Kulisse steht hinter dir. Breite, breite Brust musst du mit breiter Brust zum Platz gehen. Unsere Wärterbrämmen Gesicht zeigen. Wir vorbereiten hart, wir vorbereiten akribisch. Wir müssen richtig auf uns glauben, auf uns schauen und harte Training machen, richtig Gas geben. Dann bist du sicher, dass du kannst gewinnen. Jetzt bin ich schon 20 Jahre hier. In 20 Jahren bin ich so dumm, immer mit HSV. Das ist einfach, wir Gegner wollen, wir unbedingt schlagen. Ich versuche alles, alles, alles. Zu Hause spielst du breite, breite, breite Brust. Die Kulisse steht hinter dir. Breite, breite Brust musst du mit breiter Brust zum Platz gehen. Unsere Wärterbrämmen Gesicht zeigen. Zu Hause spielst du breite, breite, breite Brust. Die Kulisse steht hinter dir. Breite, breite Brust musst du mit breiter Brust zum Platz gehen. Und das muss so, das muss so, das muss so sein. Wir müssen über früher reden, war eine ganz andere Zeit. Wir konnten halt auch mal allen richtig über die Außenlinie hauen und war es nicht direkt runter. Wir haben heute, wir müssen ruhig bleiben, wir müssen nicht überdrehen, wir müssen unsere Nerven im Griff behalten in diesem Görby. Zu Hause spielst du breite, breite, breite Brust. Die Kulisse steht hinter dir. Breite, breite Brust musst du mit breiter Brust zum Platz gehen. Unsere Wärterbrämmen Gesicht zeigen. Zu Hause spielst du breite, breite, breite Brust. Die Kulisse steht hinter dir. Breite, breite Brust musst du mit breiter Brust zum Platz gehen. Und das muss so, das muss so, das muss so sein. 15.30 Uhr Samstag, das ist der Zeit. Sehen Sie bitte das.